Moin Leute, heute zeige ich euch wie ihr easy an die Sense der Drangsaal rankommt. Und zwar befindet sie sich genau hier, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, in Paris. In der überschwemmten Abendsiedlung. Der Eingang ist hier. Neben der zerstörten Kirche. Also da ist die Kirche. Und hinter mir befindet sich eine Krypta. Und hier geht ihr einfach rein. Dann müsst ihr hier tauchen. Das sind die Ratten in Schatten. Und dann hier durch. Ich mache auch nicht wirklich, was ich sage. So, und da wäre sie auch schon. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.